Was für mich super, super wichtig war, dass ich eine Partei finde, bei der Klima wirklich auf Platz 1 steht. Und zwar richtige Klimapolitik, nicht nur Gelaber. Der zweite Punkt war, dass ich eine ganzheitliche Partei finde. Das bedeutet eine Partei, die sich eben nicht nur auf Klima spezialisiert. Schließlich besteht Politik nicht nur aus Klima, sondern Politikerinnen müssen auch andere Themen im Blickfeld haben. Mit meinem Studium der Volkswirtschaftslehre war mir deshalb auch Wirtschaft sehr wichtig. Und die ÖDP ist die einzige Partei, die wirklich anerkennt, dass ewiges Wirtschaftswachstum nicht realistisch ist. Wir haben sogar in unserem Wahlprogramm drinstehen, dass Wirtschaftswachstum kein weiteres Staatsziel mehr sein soll. Und der dritte Grund, warum ich dann wirklich auch Mitglied geworden bin, ÖDP wähle und auch aktiv geworden bin, ist, weil die ÖDP als einzige Partei konsequent Konzernspenden ablehnt und deshalb absolut unbestechlich sein kann vor Lobbyisten und wirtschaftlichen Interessenvertretungen. Genau so sollte Politik nämlich sein.